Die Promi-News des Tages im Gala Ticker, Jimmy Blue Ochsenknecht redet Klartext über Beziehung mit Jelis++++ Kim Gloss veröffentlicht aktuelle Babybauchfotos. Die Promi-News des Tages im Gala Ticker, 2. März 2022. Jimmy Blue Ochsenknecht redet nach Trennung erstmals Klartext, so perfekt wie die Beziehung zwischen Jimmy Blue Ochsenknecht 30 und Jelis K.O.C. 28 begonnen hat, so kläglich ist sie gescheitert. Gut ein halbes Jahr nach der Trennung redet der Schauspieler jetzt erstmals ganz offen über die Beziehungsprobleme und nennt seine wahren Trennungsgründe. In der zweiten Folge seiner neuen Reality-Serie Diese Ochsenknechts erzählt er, dass Jelis oft bei anderen Leuten seine Schulden angesprochen habe und dass sie ihn finanziell unterstütze. Dadurch habe er sich von ihr wie so eine Art unterdrückt gefühlt. War am Anfang der Beziehung noch alles perfekt, litt Jimmy Blue am Ende darunter, wie Jelis ihn behandelt habe. Wie sie mit mir geredet hat, ging schon in Richtung Beleidigungen, wo ich halt gesagt habe, du kannst auch ganz normal mit mir sprechen, generell hat Jimmy Blue Ochsenknecht in der Folge wenig positive Worte für seine Ex-Freundin und die Mutter der gemeinsamen Tochter Snoella nie übrig. Sie habe nur Fehler gesucht. Wie sie mit mir geredet hat, ging schon in Richtung Beleidigungen, wo ich sie mit mir geredet habe. Wie sie mit mir documented, beinh Ig hosted 싶etéeesta. Wie sie mit mir geredet hat, ich night advertisements darauf an sie am Anfang des Ble 이거를ift verwendet hat.